Ein scheinbarer Rückschlag ist oft ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Wenn du Großes vorhast, dann wird es typischerweise nicht gleichmäßig vorangehen, sondern zwischendurch kommt der eine oder andere Rückschlag. Manchmal lernst du aus diesem Rückschlag, manchmal ergeben sich dort auch gute Chancen. Mein Name ist Sukadev, ich bin von www.yoga-vidya.de Yoga-vidya ist eine große spirituelle Gemeinschaft. Wir haben einige Ashrams, Yoga-Seminarhäuser aufgebaut, viele Yoga-Zentren. Es gibt inzwischen fast 20.000 von uns ausgebildete Yoga-Lehrer. Etwa eine halbe Million Menschen praktizieren Yoga nach unserem Übungssystem. Und immer wieder hat es auch Rückschläge gegeben. Manchmal, als wir unseren ersten Ashram im Westerwald aufgemacht haben, lief es erst sehr gut und dann ist irgendwo unser Büro abgebrannt. Als das Büro abgebrannt war, sind die Computer mit kaputt gegangen, großer Rückschlag. Aber dann konnten wir uns bessere Computer anschaffen und das System lief besser. Dann gab es irgendwann eine Verfügung vom Kreis Neuwied, dass die Wohnwägen, in denen die Mitarbeiter, die Gemeinschaftsmitglieder, die Sevakas gewohnt haben, dass die verschwinden müssen. Das war ein großer Rückschlag. Der hat uns aber dazu gebracht, erstens den Ashram im Westerwald auszubauen und danach einen Ashram in Bad Meinberg zu suchen. Und so habe ich festgestellt, wann immer es einen scheinbaren Rückschlag gab, war immer eine neue Chance für den Erfolg. In diesem Sinne, wenn du dich für irgendetwas einsetzt, gibt es immer wieder scheinbare Rückschläge und jeder Rückschlag ist eine neue Chance, mehr zu machen, mehr zu lernen, auf andere Weise zu wachsen, als du vorher gedacht hast. Rückschläge gibt es auch auf spirituellem Gebiet. Manche Menschen machen Fortschritte in den Asanas. Dann kommt eine kleine Verletzung, vielleicht ein Sturz oder irgendein Unfall und dann scheinbar gibt es einen Rückschlag. Aber dieser scheinbare Rückschlag führt dann vielleicht dazu, dass du mehr meditierst oder in einfacheren Asanas tiefere Erfahrungen machst. Oder du führst ein sehr gesundes Leben, und dann gibt es einen scheinbaren Rückschlag durch eine schwere Krankheit, die vielleicht dich dazu bringt, Spiritualität nicht auf reine Gesundheit zu gründen, sondern auf etwas Tieferes. Sei immer neugierig, was ein Rückschlag an Segenserfahrung für dich hat. Verschritte Butch